Die Konfirmation von dem Dunkeln soll... ...Licht! Eine Geburt in Berlin. Krasse, 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 Krasse! Die Stadt ein Gapf! Rundebild der Gapf-Familie! Okay, Louis, fotografierst du uns? Fotofierst du uns? Na, aber sicher doch! Aber sicher fotografiere ich auch nicht meine Süßen! Wer lautstark nicht geht, muss lautstark verpassen! Mein Junge, du bist Jude! Diese verfarische Scheiße, ich kenne mich! Das war eine gute Aufruhe der letzten Zeit. Bayomar Adonai el-Abraham! Bayomar Adonai el-Abraham! Geh fort aus deinem Heim! Ins Judenviertel! Warum wollt ihr denn ins Judenviertel? Tante Waltraud, wir wollen nicht, sondern wir müssen! Was machst du denn jetzt eigentlich? Ja, keine Ahnung! Muuuuh! 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 Scheiße ist besser als Nazi-Scheiße! Muuuuh! 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 Du musst jetzt ein paar Aufgaben übernehmen. Mann, ihr mit eurer verdammten Angst. Du versagst, diese gereibenden Scheiße ausgerutscht. Nein. Der Berge. Jawohl, Herr Sturmband-Führer. Liquidieren Sie die Leute. Jawohl, Herr Sturmband-Führer. Alle, bevor wir uns in der Hand sind. Wir leben ewig, trotz heiliger Not. Und jede Stunde, die uns wird tot. Wir wollen leben und erleben, schlechte Zeiten überleben. Wir leben ewig, bis in den Tod. Wir leben ewig, es fängt zu retten. Wir leben ohne den Moschengeld. Trotz heiliger Feinde, hier verzagen wir nicht. Auch wenn sie treten uns ins Menschengesicht. Wir leben ewig, trotz heiliger Not. Wir leben ewig, trotz heilig� Neves, trotz heiliger Not. Der được